Jetzt warst du zu Gast bei Milner Sinaf heute, der nächste Kampf steht mir vor. Am 6.4. im Falkensee steht der nächste Kampf bevor. Der Gegner steht noch nicht ganz genau fest, das wird noch veröffentlicht, wenn alle Leute damit zufrieden sind. Wenn die Kampfverträge unterzeichnet sind, dann werden wir den Gegner feststellen. Und gerade in der Trainingsvorbereitung habe ich meine Sparingsphase jetzt begonnen. Du boxst jetzt in Falkensee wieder? Genau, ich boxe bei Alming Cook wieder im Falkensee am 6.4. in der Stadthalle. Und dir gefällt dir dort die Stimmung? Die Stimmung ist immer bombastisch, also mit meinen Leuten immer besser geht es nicht, kann ich nichts sagen. Ich glaube, das letzte Mal warst du nicht dabei, hast du eine Menge verpasst, wie meine Leute ausgerastet sind. Aber ich war beim Wiegen dabei. Aber beim Wiegen warst du dabei. Aber danach, beim Einlauf, das war ja noch viel schlimmer, wenn man die Videos so angeguckt hat. Das war ja eine Stimmung vom Feinsten gegen den Italiener. Aber war gut. Und auch freue ich mich schon wieder auf den 6.4. Beobachtung.